Willkommen Leute zu Star Stable Academy. Ich spiele schon seit über 10 Jahren Star Stable und von diesem Tipp hatte ich aber trotzdem keine Ahnung gehabt. Meiner Meinung nach musst du den Tipp wissen. Wie du dein Pferd von schlechtester Laune auf Notar bekommst in nur paar Minuten und das ganz versprochen ganz ohne Tierarzt. Und der Tipp ist von Lia. Wirklich tausend Dank an dich. Wirklich danke 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 danke. Der Tipp ist genial. Schau dir mal, mein Pferd ist mies gelaunt. Also wirklich ganz mies gelaunt. Aber ich würde gerne mit Bright Broody ein Schem teilnehmen. Gehen wir erstmal in den Stall. Gut, hier kaufen wir uns erstmal Stallhilfe. Ich kaufe es für zwei Tage, aber du musst es nur für einen einzigen Tag kaufen. So die Stallhilfe ist da. Und ja, wir haben jetzt auch wirklich den 20.09. Dein Pferd ist also jetzt gepflegt. Man kann es hier sehen. Komm wir machen es nochmal. Wir geben Wasser, wir stricken, wir kratzen den Hufe aus, wir füttern. Und jetzt ist wirklich dein Pferd von jetzt auf gleich auf normal gestiegen. Dein Pferd reitet nicht mehr langsamer, sondern jetzt wirklich ganz normal. Einfach so. Und ja, wir haben immer noch den 20.09. Jetzt hast du wirklich die Chance beim Championat mitzumachen. Auch wenn du mit dem Pferd eine Quest machen möchtest und dann von A nach B wieder mal reiten musst, brauchst du nicht Ewigkeiten. So bist du dann wenigstens normal schnell unterwegs. Hat also seine Vorteile zu wissen. Und meiner Meinung nach ein Muster zu wissen. Einen Tag später ist es jetzt und mein Pferd ist auf bessere Laune gestiegen. Jetzt striege und fütter ich das nochmal ganz kurz. Und tadaa! Es ist jetzt auf bester Laune. Und der Trick kostet so viel weniger als bei einem Tierarzt. Du gibst nur 7 Star Coins aus. Denn die Stallhilfe versorgt dein Pferd für den Tag, an dem du kaufst und den Tag darauf. Das ist so gut. Für 7 Star Coins dein Pferd auf Happy zu bekommen, ist wirklich viel wert. Vielen, vielen Dank, Lia. Sie hat den Trick nochmal einmal vorgeführt. Und ich bin wirklich, wirklich beeindruckt davon. Bei ihr ist sogar das Pferd so mittelmäßig gut gelaunt. Und durch den Trick, den sie anwendet, ist es dann auch ganz, ganz glücklich. Also wenn der Pferd nicht so komplett traurig ist, also sondern mittelmäßig traurig, bekommst du mir den Trick ohne Tierarzt auch komplett glücklich für nur 7 Star Coins, anstatt 100 Star Coins für den Tierarzt auszugeben. Der Trick ist also super viel wert. Vielen, vielen, vielen Dank, Lia. Und wenn du gerne noch mehr von Starstab Academy sehen möchtest, habe ich hier noch mehr davon. Hier kannst du gerne abonnieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.